Du bist nicht der Körper. Übersetzung eines Artikels von Swami Chidananda aus dem Buch Leaders from Darkness unto Light. Swami Chidananda schreibt, Du bist nicht der Körper. Das ist eine der zentralen Aussagen des Yoga. Du bist nicht der Körper. Die alten Weisen und auch die modernen Yogameister sind sich dort sehr einig. Erwache, erkenne Dein Selbst und sei Dir bewusst, Du bist nicht der Körper. Nutze dieses Erdenleben, um Deine wahre Natur zu erkennen. Der unwissende, dumme Mensch denkt, dass der Körper das eigene Selbst wäre. Der Mensch sagt zum Beispiel, ich bin 1,75 Meter groß, ich wiege so und so viel Kilogramm, ich bin so und so viele Jahre alt. Aber könnte es eine größere Dummheit, eine größere Unwissenheit, eine größere Blindheit geben, eine größere Verrücktheit, als zu denken, dass man dieser vergängliche Käfig von Knochen ist, der mit Fleisch und Muskeln und Haut bedeckt ist. Denn was ist letztlich diese Körperhöhle anderes als das für die vergängliche Nahrung? Wenn man dem Körper Nahrung gibt, dann wächst er. Aber wenn die Nahrung weg bleibt, dann wird der Körper weniger werden und schließlich verschwinden. Bist Du das, was einfach nur Nahrung ist und von Nahrung abhängt? Das ist das, was die Mehrheit der Menschheit sagt. Aber die Alten sagen, Du bist nicht der Körper. Der Körper, das bist Du nicht. Dieser Körper ist irgendwann mal begonnen, hat irgendwann mal angefangen. Und er wird irgendwann wieder sich auflösen. Du, Du kannst nicht dieser Körper sein. Du weißt tief im Inneren, dass Du niemals aufhören wirst zu sein. Die Vorstellung, dass Du irgendwann aufhören wirst, ist letztlich undenkbar für Dich. Die tiefe Natur sagt Dir, dass es vollkommen unmöglich ist, dass Du irgendwann nicht mehr sein wirst. Das Bewusstsein wird Dir niemals erlauben, dass Du behauptest, ich bin, existiere nicht, ich werde nicht existieren. Selbst wenn Du das in Worte fasst, Du weißt, das stimmt nicht. Du weißt, dass Du jenseits dieser Vorstellung bist. Der Körper ist Du nicht. Der Körper ist einfach nur ein Objekt Deiner Wahrnehmung. Du kannst den Körper anschauen, Du kannst über ihn sprechen, genauso wie Du über einen Stuhl sprechen kannst oder auch einen Schreibtisch. Du kannst den Körper sehen, Du kannst über ihn sprechen, Du kannst Einfluss auf ihn nehmen, aber Du bist nicht dieser Körper. Du sagst Dir auch, mein Körper, meine Hände, meine Füße, mein Kopf. Du weißt, das bist nicht Du. Und selbst wenn Du mal eines Deiner Körperteile verlieren würdest, würdest Du nicht weniger sein. Du bist nicht dieser Körper. Selbst wenn Du ein Körperteil weniger hast, dann bist Du nicht weniger geworden. Du würdest immer noch fühlen, dass Du als Ganzes existierst und intakt bist. Du bist der Beobachter des Körpers. Und der Körper ist nur ein Objekt Deiner Beobachtung. Der Körper ist ein Instrument, aber Du bist nicht der Körper. Ja, soweit der Artikel von Swami Sivananda, Direktübersetzung aus dem englischen Buch Leaders from Darkness Unto Light. Mein Name, Sukadeh von www.yoga-vidya.de Allt Emma, sichни definitely terminals. Und zweit Knowledge,jä WAS die保 schneмосф flexibility. Untertitelung des ZDF, 2020